Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit der DJI Mavic Air, ich bin euer MultiPlanet und heute habe ich etwas ziemlich interessantes wie ich finde mit ihr gefilmt und zwar ich bin von mir aus zuhause weggeflogen und zu einem sehr interessanten See und den habe ich mir von oben angeschaut. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung beim Video und wir sehen uns später wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.